Wenn ich frage, was wohl das erfolgreichste Real Madrid aller Zeiten ist, würden viele wohl sagen, dass das heute zu erleben ist. Oder zumindest in den letzten paar Jahren. Denn vier Champions-League-Titel in fünf Jahren sind eine beachtliche Leistung. Und ja, wahrscheinlich ist dies sogar das beeindruckendste und erfolgreichste Madrid aller Zeiten. Denn die Konkurrenz heute ist enorm, da alle Champions-League-Clubs beeindruckende Budgets haben und es unglaublich schwer ist, hier so eine konstante Siegesserie aufzubauen. Andere Leute würden wohl sagen, dass die Galaktischen das beeindruckendste Real Madrid waren. Das verstehe ich zwar spielerisch, aber weder hat man die meisten der Klassikos zu der Zeit der Galaktischen gewonnen, noch sprang hier mehr als ein einziger Supercup-Titel heraus. Und auch wenn ich wie gesagt sagen würde, dass wir heute oder zumindest vor zwei Jahren das beste Real Madrid aller Zeiten erlebt haben, gibt es da noch einen ganz anderen, ganz heißen Kandidaten. Ich präsentiere euch das Real Madrid der 50er. Wir beginnen mit Enrique Fernandes, der Real Madrid-Trainer seit 1953. Er hatte eine erfolgreiche Zeit beim 1. FC Barcelona und anderen uruguayischen Vereinen, wie zum Beispiel Montevideo, erlebt. 1953-54 war auch die Saison, in der er mit Real Madrid Meister wurde und das tatsächlich zum ersten Mal seit 21 Jahren. Damals bestand die Liga aus 16 Mannschaften, die wie heute üblich je zwei Spiele gegen sich bestritten. Seine Taktik war die damals sehr populäre Doppel-M-Formation, wie sie durch Arsenal etabliert und zu großem Erfolg gebracht wurde. In Zahlen lässt er sich als 3-2-2-3 bezeichnen und war damals allgemein die meistgenutzte Formation. Doch auch mit der besten Taktik braucht man auch ein gutes Spielermaterial. Und das hatte Real Madrid natürlich. Im Tor stand der nicht allzu bekannte Cosme. In der Verteidigung spielte der erfolgreiche Einkauf Gabriel Alonso. Er war wohl der wichtigste Verteidiger und dirigierte das Abwehrspiel Real Madrid. Das Mittelfeld bespielten unter anderem zu der Zeit die eingekauften Gento und Miguel Munoz. Jedoch konnte sich auch ein Spiel aus der eigenen Jugend zu Einsätzen bringen. Die Rede hier ist von Saraga. Doch das Prunkstück der Mannschaft war ihr Sturm. Er bestand aus dem Spanier Luis Molovny, der 13-Tore schoss, Argentinier Rocke Olsen, der 15-Tore schoss und natürlich der Legende Alfredo Di Stefano, der 27 Tore erzielen konnte. Er ist bis heute der drittbeste Torschütze der Geschichte von Real Madrid. 1953 wurde er verpflichtet, wobei dieser Transfer für viele als der Einstieg in diese Periode gilt. Der Pokal ging dieses Jahr aber in den 1. FC Barcelona, die Real im Halbfinale ausknipsten. In der nächsten Saison gab es mal wieder einen richtig starken Start. Doch Trainer Enrique Fernandes wurde danach trotzdem nach 10 Spielen gefeuert. Wahrscheinlich lag es in seiner Barcelona-Vergangenheit und im politischen Konflikt. Der neue Trainer hieß José Villalonga. Der Spanier sollte nach Ankunft die Taktik Reals für die nächsten Jahre prägen. Ungarn hatte gerade den Weltfußball geschockt. Man gewann 6 zu 3 gegen das damals für unbesiegbar gehaltene England. Ungarn spielte ein 2-3-5, aber der mittlere der Stürmer ließ sich wie eine falsche 9 zurückfallen. Da England mit zwei statischen Linien verteidigte, hatte die falsche 9 immer wieder Raum, der dann mit einem Dreierpack genutzt wurde. Villalonga adaptierte dies, wobei Di Stefano als falsche 9 agierte und 25 Mal traf. Der von ihm empfohlene Real traf 18 Mal. Der Pokal ging dieses Jahr zwar nach Valencia, aber man schaffte die erste Europapokal der Landesmeisterqualifikation, die damalige Champions League. Doch in der nächsten Saison, 1955-56, lief die Liga katastrophal. Trotz 24 Toren, die Stefanos, schaffte man nur Platz 3 und die CL-Qualifikation nur, weil man Titelverteidiger war. Athletic Bilbao heimste hier sein Double ein. Doch die Champions League verlief besser. 16 Nationen waren hier mit je einem Team vertreten. Das ganze Turnier lief als K.O.-Runde. England nahm wegen seinem typischen, zu langen Spielplan nicht teil und Holland schickte nur eine Jugendmannschaft. Also keine Ahnung, was sie hier wieder nicht mitbekommen haben. Deutschland schickte Rot-Weiß Essen, die in Runde 1 allerdings von Edinburgh geschlagen wurden. Das damals unabhängige Saarland fragte Saarbrücken, die gegen den AC Mailand verloren. Real Madrid aber schlug Servette Genf, dann Partisan Belgrad und im Halbfinale den AC Mailand. Im Finale ging es dann gegen Rem und ihren Star Raimond Kuppa. Rem ging dreimal in Führung, aber die Matrilänen gewannen dank eines Treffers von Real und krönten sich als die ersten Herrscher Europas. Der Vorstand von Real aber war noch so enttäuscht von den nationalen Turnieren, dass er wieder Longa feuerte. Der neue Mann im Trainerstuhl war Luis Camiglia. Er holte sich zur ersten Saison Raimond Kuppa. Im ersten Jahr gewann er die Liga mit Top-Torschützen Di Stefano. Aber schon wieder ging der Pokal an Bilbao. Zumindest in der Champions League gewann man aber. Diesmal war Manchester United als England-Vertreter dabei, doch sie verloren ihr Halbfinale gegen Real Madrid. Im Finale erwartete man nun den AC Flore. Gento und Stefano trafen und der Titel war verteidigt. Nichts anderes sollte auch in der nächsten Saison passieren. Den Pokalen haben sich Barca, Real diesmal die Liga und die Champions League. Hier ging es im Finale gegen den AC Mailand bis in die Verlängerung. Aber dort schoss Gento Real Madrid ins Glück. Die Saison darauf wurden Puskas und Beral Saluzze, ein Stürmer und ein neuer Torhüter, gekauft. National wurde man Leverkusen, also ich meine zweimal Zweiter. Doch das nächste Opfer im Finale wartete auf seine Niederlage. In Stuttgart gewann man gegen ein Star de Rem durch einen Treffer von Alfredo Di Stefano. Doch Topscorer wurde Juist Fontaine, der schon in der WM gezeigt hatte, was er konnte und 14 Mal getroffen hatte. Der nächste Trainer war nun Manuel Fleitas. Er versagte bei nationalen Titeln, aber genauso. Wieder wurde man hinter Barcelona und Bilbao zweimal Zweiter. Kurz vor dem Champions League Finale kam mit Munoz, ein ehemaliger Spieler, ein neuer Coach. Frankfurt aber verlor trotzdem 7 zu 2. Der mittlerweile 41 Jahre alte Di Stefano traf dreimal Puskas viermal. Es war der letzte Höhepunkt dieser Ära, die oft das weiße Ballett genannt wird. Sie wurde von Di Stefano begonnen und beendet. Fünfmal hintereinander wurde man Champions League Sieger und marschierte oder eher zauberte durch alle Abwehre in Europa. Sagt ihr, was ihr denkt, aber das ist mein bestes Real-Mathel. Vielen Dank bei allen Zuschauern und Zuhörern. Tschüss.